Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es um die Programmierung der Getränkeausgabe. Zur Erinnerung noch einmal das Programm, was wir am letzten Mal geschrieben haben. Dort ging es um das Zählen des Geldes, was das eingeworfen wurde. Ich rufe das Programm noch einmal auf. Also hier wurde erkannt, welches Bit im Port 1 gesetzt wurde und anhand dieses Bits konnten wir halt eben erkennen, welche Münze eingeworfen wurde und konnten den Betrag entsprechend um den Wert der Münze erhöhen, sodass wir in der Variablen Betrag immer den Geldbetrag gespeichert haben, der eingeworfen wurde. So und heute soll es nun um die Aufgabe der letzten Woche gehen. Ich rufe die Aufgabe noch einmal auf. Also es geht um die Kaffeeausgabe und jetzt soll die Kaffeeausgabe entsprechend programmiert werden. Unser Kaffeeautomat bietet drei Getränke. Kaffee kostet 30 Cent, Espresso kostet 40 Cent und Cappuccino kostet 50 Cent. Und die Wahl des Getränks soll letztendlich über die Buchstaben K für Kaffee, E für Espresso und C für Cappuccino über die Tastatur erfolgen. Und deine Aufgabe war es letztendlich das zu programmieren. Ich gehe nochmal in das Programm und habe im Prinzip schon ein Programm vorbereitet. Ich kompiliere das einmal, um es dann mal auf den Simulator zu laden, damit man erstmal sieht, wie dieses Programm denn prinzipiell funktioniert. Und anschließend werden wir uns dann mal eine Realisierungsmöglichkeit angucken. Also ich starte das Programm. Los geht's. Das hatten wir schon beim letzten Mal. Ich werfe nochmal Geld ein. 2 Euro, damit wir zumindest erstmal einen Betrag haben. 2000 Cent. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein C eingebe für Cappuccino, dann gibt er mir aus, wir haben Cappuccino gewählt und hat die 50 Cent von diesen 200 Cent abgezogen. Das heißt, der Restbetrag entspricht nochmal 150 Cent. Ich nehme noch ein Cappuccino, vielleicht mal einen Kaffee dazu. Und jetzt nochmal ein Cappuccino. Jetzt habe ich noch 20 Cent. Und wenn ich jetzt noch einmal Cappuccino wähle, dann reichen diese 20 Cent nicht mehr aus, weil Cappuccino ja 50 Cent kostet. Und dann gibt er mir die Meldung, Cappuccino kostet 50 Cent, der Restbetrag ist 20 Cent. Bitte werfen Sie mindestens 30 Cent ein. Wenn ich jetzt nochmal einen Euro einwerfe, dann habe ich wieder einen Betrag von 120 Cent. Wenn ich jetzt ein Cappuccino wähle, dann kann ich wieder ein Cappuccino erhalten. Okay. Gehen wir mal zurück nochmal in das Programm und schauen uns das nochmal an. So. Den oberen Teil hatten wir beim letzten Mal schon programmiert. Und den unteren Teil, der kommt jetzt neu dazu. Und zwar werte ich jetzt die Eingabe aus dem GetChar-Befehl aus, indem ich den Wert, den ich schon angebe, in der Variable C abspeichere. C habe ich oben als Character-Variable definiert. Das heißt, in der Variable C speichere ich nun das Zeichen, das ich eingegeben habe. Und das kann ich dann wieder mit einer Switch-Case-Auswahl letztendlich auswerten. Und zwar, wenn ein K gewählt worden ist, das heißt Kaffee ist gewählt, dann überprüft das Programm zunächst einmal, ob der Betrag, also das Geld, was noch auf dem Konto steht, kleiner als 30 Cent ist. Das hieße, man könnte keinen Kaffee ausgeben, weil der Betrag nicht ausreicht. Dann gibt der Aus-Kaffee größte 30 Cent. Der Restbetrag ist letztendlich nur noch Betrag Cent. Also letztendlich das, was auf dem Konto steht. Und bitte werfen Sie mindestens. Und dann nimmt er diese 30 Cent, zieht den Betrag ab und rechnet somit aus, wie viel Geld noch fehlt. Und das soll letztendlich eingeworfen werden. Und dann verlässt er letztendlich diese Switch-Case-Anweisung. Wenn der Betrag gleich oder größer als 30 Cent ist, dann gibt er aus, Sie haben Kaffee gewählt. Und der Restbetrag beträgt nun Betrag minus gleich 30. Das heißt, er zieht 30 Cent von der Variablen Betrag ab. Und wichtig ist dann letztendlich auch dieses C wieder gleich 0 zu setzen, weil ansonsten würde er bei dem nächsten Schleifendurchlauf wieder in diese Auswahl springen, weil dieses C ja nicht gelöscht wurde. Also das bitte nicht vergessen, dieses C muss anschließend wieder auf 0 gesetzt werden. Und das Ganze kann man letztendlich für die anderen beiden Getränkearten auch machen. E für Espresso und dann letztendlich C für Cappuccino.